Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zurück zu L.A. Noire. Wir haben gerade mit der Frau Dingsda gesprochen. Huch, Mann, oh. Frau Bischop. Und jetzt rufen wir jemanden an, weil hier ist das Telefon. Und wir rufen jemanden an, weil wir den Erkennungsdienst brauchen. Ich brauche dich jetzt an. Phelps, 1247. Und du wuchten. Wie kann ich helfen, Detective? Ich brauche eine Location auf einer Silverscreen-Kropstur. Nur einen Moment. Silverscreen-Kropst, Korner 3 und Figueroa. Gut. Da müssen wir hin, denn wir erinnern uns, die 15-Jährige, die höchstwahrscheinlich missbraucht wurde, hat sich dort an diese seltsame... Hallo? An diese seltsame... Meerjungfrau. Meerjungfrau, eine Wannabe-Starlet und eine Movie-Producerin-Wiefe. Sie hat endlich die Schultern mit der almost rutschen und famous. Und aus den Geschichten, die sie uns gegeben haben, können wir sicherlich keine von ihnen agieren. Genau, sie hat nämlich da, glaube ich, diese Meerjungfrau, hat zumindest Cole Phelps gesagt, wiedererkannt. Und die haben wir auch wiedererkannt. Und jetzt wissen wir, wo die ist. Und jetzt fahren wir da mal hin und schauen uns mal diesen Requisiten-Laden an, würde ich sagen. Silverscreen-Requisiten. Silverscreen-Requisiten. Silverscreen-Wells. Eleven King on Route. Uah! Yeah, da ist wieder ein Schusswechsel, ein Straßenerbrechen-Verbrechen. und wir sind nicht auf dem Weg dahin, aber natürlich beschäftigt uns der eigentliche Fall, beschäftigt uns ja viel mehr. Was ist da passiert mit dem, mit diesem Film? Was läuft da ab für Machenschaften? Für düstere, dunkle, fiese, Machenschaften. Hat wirklich June Ballard sich versucht, die Rolle zu erkaufen, indem sie dem leicht pädophil veranlagten Mark Bishop ein 15-jähriges Mädel besorgt hat, sozusagen. Danach sieht es im Moment aus. Hä? Wir sind jetzt zu spät, oder was? Entschuldigung. Ja genau, ich mach das abrecht. Da sind wir. 333 South Main Street 333 South Main Street Officer needs help, 211 in den Schatten. Was ist die Situation? Wir müssen eine Hälfte aufbauen. Drei Hälfte locken sich mit zwei Hälften. Ich versuchte, nach vorne zu gehen, aber das Ort ist ein Fortress. Ich habe fast eine Mache voll von Lied für meine Probleme. Okay, ich will sehen, ob ich in die drüben kann. Okay, ich bleibe hier und bleibe los. Okay, wir gehen hinten rum. Let's go! Try the back. Ja, wir lassen uns hinten rum. Hier, durch die Gasse. Durch die hohle Gasse muss er kommen, oder wie das heißt. Ah, ich erinnere mich, hier bin ich immer falsch abgebogen. Ich bin immer schon zu früh rechts rein. Hier schon, weil ich dachte, es geht hier rein. Aber es geht erst hier rein. Weapons auf der Runde! Komm mal raus aus deiner Ecke, da. Oh, mein Hut! Mein Hut! Mein Hut! Komm, zeig mal dein hübsches Köpfchen. Jetzt hab ich dich aber gleich. Ich hab mich nicht nachladen müssen. Komm, komm auf die Stücke! Geh nach ihm! Okay. Ach, der ist hier oben? Oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Geh nach die Stücke, jetzt! Nein! Verdammt! Und er ballert jetzt noch 50 Magazine in uns rein. Darf ich die jetzt eigentlich nochmal neu starten, dieses Straßenverbrechen, oder ist das jetzt auf ewig gescheitert? Ah, nein. Okay. Ja. Einmal versuchen wir es noch. Das kann ich auch nicht überspringen nehmen. Ja, also wir müssen irgendwie schneller zielen, beziehungsweise besser zielen. Schnell, schnell genug Wasser eigentlich, aber es muss halt schneller gehen. Äh, es muss besser gehen, Entschuldigung. Ich muss, ich hab wohl das Ohr, Ohrläppchen der Geisel verletzt. Hallo? Sprint! Achso, ich hatte Caps Lock an. Dann rennt er also automatisch mit Caps Lock. Ist ja interessant. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Okay, vielleicht können wir jetzt die anderen auch mal äh, besser erledigen. Als das letzte Mal. Fum. Fum und schnell entdecken gehen. Und wäve ihn rund, wie du einfach nicht weißt. Okay, das klingt was besser, wo ich trotzdem leider meinen Hut verloren hab. Was mir ja gar nicht so gut gefällt. Und es gibt ja irgendwie so ein bisschen Punktabzug. Also, es gibt zumindest Bonuspunkte, wenn man den Hut dann auf, auflässt. Put the weapon down, now! Wie Geisel getötet! Ich töte doch nicht die Geisel. Okay, einmal noch. Warum töte ich denn die Geisel? Ich mach vielleicht einen Streifschuss, einen Streifschuss an der Wange. Aber die Kugel geht doch dann dem Typen voll ins Gesicht. Und der überlebt und die Geisel nicht. Das reint sich zwar. Oh! Ey, Kollegen, ja? Anstatt, dass die auch helfen, hauen die ab, oder wat? Mann, 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 da trin' ich gleich mal einen Schluck Kaffee. Ja, der ist leider kalt, der Kaffee. Kalter Kaffee ist so mittellecker. So, komm jetzt. Ja. What the hell? What the hell? Ja, wir laufen noch. Warum haben wir eigentlich hinten so einen Schlitz im Oberteil und, äh, hier ist der Fahnen nicht. Wer sich mit, hallo? Wer sich mit Anzügen auskennt, kann mir das doch bitte mal sagen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ich kenn mich damit ja so überhaupt gar nicht aus. Könnte ich uns auch holen. Gut, 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 gut. Mit seiner Shotgun, ey. Okay, jetzt aber. Jetzt aber bitte. Bitte, bitte. Lass mich doch die Geisel retten. Ich bin super, Polizist Cole Phelps. Ich muss die Geisel retten. Put the weapon down now. Put the weapon down now. Told you. So, geht doch. Meine Fresse. War das denn so schwer eben? Mussten zwar zwei Schüsse sein, aber okay, ich wusste nicht, dass der noch ein Stück weiter vorkommt. Ich dachte, das wäre alles, was er sich, äh, nach vorne lehnt, wäre das, was er schon getan hatte. Car 11K. Ich bin involviert in einem Schüsse bei 333 South Main Street. Global Loan & Jewelry. Es ist Code 4 jetzt, aber der Suspekt ist unten. Ich brauche eine Ambulance hier. Ich notifiere meinen Supervisor und eine Korinther. Seit neuestem will er immer den Vorgesetzten informieren lassen. 11 von 40 erst. Oh ja, oh ja, oh ja. Wir sind also noch nicht ganz am Ende von diesem Spiel. So, jetzt fahren wir nochmal zu dem Requisitenladen. Ich habe dunkle, schwache Erinnerungen daran, aber ich weiß nicht mehr genau. Da habe ich doch keine Erinnerung hier dran. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe das ja mal gespielt vor längerer Zeit. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal rein hier. Wow. Feltzen-Bakowski, LAPD. Wir haben den verletzten Verletzten von June Ballard und Jessica Hamilton. Oh Gott. Ich bin Marlon Hopkins, wie kann ich das helfen? Du hältst hier Castings? Wie hörst du davon? Ich habe ein bisschen Soundstage zurück. Tonbühne? What the fuck is a Tonbühne? Sieht aber interessant aus. Halt viele Props, viele Requisiten hier, die man für Filme braucht. Da sind auch Messer und sowas. Ah ja, jetzt doch. Ich erinnere mich. I remember. immer. Schau ihn hier, Stefan. Ich werde mich umschauen. Was hat das mit mir zu tun? Schau nicht meine Patience, Knucklehead. Wer sind die Knuckleheads? Wer sind die Knuckleheads? Wer sind die Knuckleheads? Wer sind die Knuckleheads? Schauen wir uns mal um. Das sieht doch nach so einem... Höh. Schau die Lichter, Hopgood. Warum würde ich das tun? Humor ihn. Schau an. Einen Weg zu mir. Da ist ein Raum auf der anderen Seite. Okay, kannst du dich wieder anmachen. Ah, gut, gut. Find einen Weg in auf der anderen Seite, Phelps. Ich bleibe hier und unser Pervert-Kumpel. Das sind doch die Köpfe, die auch da... Hui, die Haare. Aber er sagt... Ach, sind wir jetzt schon so weit vorgekommen im Spiel, dass er nicht mehr sagt, wenn irgendwas unnütz ist. Das ist schade. Da kommt man immer so lustige Sprüche. Sich draus zusammenbasteln, wenn er wieder irgendwas gesagt hat. Ding Dong. Überall diese Schrumpfköpfe. Warum liegen die überall hier rum? Für was für Film braucht man so viele Schrumpfköpfe? Ist das dieses Chloralhydrat vielleicht? Chloralhydrat. 100 Gramm Chloralhydrate. Giftig für Gegenmittel sofort Arztverständigen. Doppel einen 15-jährigen Kind und sie in einem Schreitest was ist falsch mit diesen Leuten? Und hier vielleicht durch. Ding Dong. Ach, der Schrumpfkopf da auf dem Boden. Das sind das vielleicht die Requisiten vom Planet der Affen. Obwohl, so kleine Köpfe? Naja. So. Wie kommen wir denn? Wo ist denn da? Dahinter. Gehen wir doch mal hier raus. Und hier rein. Das kann nicht sein, Herr. Du könntest nicht einen Ratsch da rein. Ein, was ist das? Eine Bürste. Schon wieder. Ach, jetzt sagt er doch mal wieder was. Nur bei den Schrumpfkopf sagt er nichts. Aber das muss doch hier sein. Oder, ah, oder ist das nicht von der anderen Seite? Schauen wir mal. Da müsste das ja hier irgendwo sein. Drogenflut auf der Straße, Polizeijagd, Schmugglerware aus Armevorräten. Listen, I, uh, have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. So you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, uh, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh, yeah. He's a putz. And he's lazy. And he's greedy. But he's my wife's brother. And how can you make a cake with those ingredients, huh? Peace. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, Surrettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay. Listen, we want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey. Hey. You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Oh. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ja. In der nächsten Folge werden wir uns nicht mehr damit beschäftigen, sondern weiter hier nach diesem geheimen Raum suchen. Ich hoffe, ihr hattet Freude, Freunde, und viel Spaß. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut und Tschüsschen.